Hey Kay, sorry, ich bin spät dran. Kein Ding, ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie ist... Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen ist dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Äh, äh. Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Warum halte ich mich von den anderen Schülern fern? Wenn sie wüssten, was ich bin. Also... Hast du keine Freunde? Zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber... Hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutter Myceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir? Genau. Äh, was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutter Myceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings... hab ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na, dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Äh... Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben. Auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also... Du... Dank... deiner Verbindung... kannst du die... Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, ja. Ja, Rose. Aber nicht gefährlich. Okay? Es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Du... Scheiße. Ich... Keine Ahnung. Versuch's... zu kontaktieren. Dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's. Oh mein Gott, Rose ist so komisch. Ja, als ob sie Sachen seht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich, gefälligst du. Creepy. Er will schon mit der befreundet sein. Das ist sowas von nicht normal. Ihre Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit dem? Hört auf! Verzieh dich, gefälligst du. Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Der hat sich was geblieben. Das ist sowas von nicht normal. Nein. Echt Abstoß. Bitte, hör auf! Ich bin noch hier? Kay. Kay. Wo bist du? Kay. Hier. Stimmt was nicht. Okay. Damit fangen wir jetzt erstmal hier an. Wir spielen die Tochter von Eve and Winters. Und dann gucken wir uns ja erstmal hier um. Und wir haben, oder wir wissen auf jeden Fall, dass sie Kräfte hat. Was für Kräfte? I don't know. Ähm. Ja. Wir sind mal gespannt. Und wir sind jetzt hier in diesem Labor, wo wir vorhin auch schon waren. Mit dem Typen. Aber ich glaube nicht, dass wir in derselben Welt sind. Aber wir gucken mal. Miranda unterstellt im Rahmen ihrer Forschung, dass der Mygamizet, die Erinnerung der Menschen, die in seinem Einflussbereich sterben, konserviert. Sie in sein eigenes gewaltiges Bewusstsein aufnimmt. Basierend auf unsere früheren Begegnungen mit dem Pilz, wissen wir auch, dass Menschen, die mit dem Mytamizet kontaminiert sind, in einer Art Pilznetzwerk miteinander verbunden sind. Daraus ergibt sich für uns die Annahme, dass Subjekte mit einer starken Mytamizet-Affinität in der Lage sein sollten, das Netzwerk zu nutzen, um mit den Erinnerungen der Toten im Inneren des Mygamizeten in Verbindung zu treten. Diese Theorie sollte mithilfe von Mygamizet grobe aus dem Labor überprüfbar sein. Die wir vor 16 Jahren fanden. Wir benötigen lediglich ein geeignetes Subjekt, das nachgewiesenermaßen in Verbindung mit dem Pilz steht. Bedauerlicherweise stoßen wir genau hier auf unsere eigentlichen Probleme. Unsere Unternehmensgrundsätze untersagen es uns, Mytamizet-infizierte Zivilisten direkt zu kontaktieren. Aus ethischer Sicht ist dies sicherlich begründet, doch die Überprüfung der Theorie bleibt uns somit verwehrt. Es schmerzt mich daran zu denken, wie viel die Menschheit von einer Konservierung und Katalogisierung des menschlichen Bewusstseins profitieren könnte. Das Wissen von Geistesgrößen könnte konserviert, ja vielleicht sogar wiedererlangt werden. Vielleicht gibt es eine unbürokratische Lösung. Ich glaube nicht. Und wenn es heißt hier vor 16 Jahren, wir wissen ja auch vor 16 Jahren ist das Ganze hier mit Rose passiert und es ist jetzt 16 Jahre später. Und wir sind ja auch jemand, der mit dem Mytamizeten in Kontakt betreten waren, glaube ich. Das sieht nicht mehr nach dem Labor aus, wie wir es betreten haben. Okay. Okay. Dann schauen wir doch mal, was uns hier in den Katakomben erwartet. Ich weiß nicht. Vielleicht sehen wir gleich mehr oder vielleicht auch nicht. Können wir sprinten? Nee, können wir nicht. Da ist Blut. Da ist ein Blut. So, das ist die große Frage. Wollen wir das erkunden oder wollen wir uns erstmal hier umsehen? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier vorne um, ob wir hier was Schönes finden. Oh Gott, hier ist überall Blut. Okay, wir gehen den Blutspuren hinterher. Und ein geiles Klo. Okay, aber hier ist... Nothing at all. Muss mich beeilen, sonst bin ich die Nächste. Muss an diesen Kristall kommen. Was denn für ein Kristall jetzt auf einmal schon wieder? Der Kristall von Miranda oder was? Den haben wir doch mit Ethan Winters kaputt gemacht. Glaub ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder? Okay. Labyrinth. Hier sind noch mehr Blutspuren. Hier ist ein Blutspuren. Voll eklig. Erschreck mich nicht so, äh. Ja, weiß ich nicht. Wir gucken mal woanders. Ich würde gerne sprinten, Freunde. Gibt's, gibt's... Eine Möglichkeit? So ein bisschen? Was ist das denn? Ein Schuh. Dann machen wir nicht so einen Schuh hier. Okay. Also jemand hat seinen Schuh verloren? Was? Weil... Ohne Schuhe kann man schneller laufen? I don't know. Oder... Ja, ich weiß nicht, warum man einen Schuh da lassen sollte. Okay. Okay. Ehrlich gesagt, warum sollte ich dich rauslassen? Ja. Gefährlich? Wieso? Warte. Ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Nein. Warum den Zellenschlüssel finden? Genau. Warum sollten wir jetzt den... Zehn Schlüssel finden? Ich würde sagen, no. No, no, no. Vor allen Dingen... Wundert sie sich gar nicht, wo wir jetzt eigentlich... explizit sind? Also... Ist das jetzt ihr völlig egal? Dass wir hier in solchen Katakomben hier gerade rumrennen? Wo wir gerade noch in einem Labor waren? Ja. Ich weiß nicht. Also, ob wir jetzt hier einen Schlüssel finden, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht können wir ja den Haken nehmen als Verteidigung? Nein. Sie wollte ihn nur aufhören, dass er schwingt. Und ich weiß nicht, warum. Rose. Rose. Ja, das ist... Okay. Mhm. Schlaues Kind, Schlaues Kind. Da steht unser Name. Ja, das ist gar nicht so gut. Einfach dem Hasenkadaver beigeben, um ein Kunstwerk daraus zu machen. Verwesungsprozess kein Problem. PS. Wenn man ihnen etwas Schminke auflegt, sehen sie lebendiger aus. Was? Okay. Äh. Okay. Äh. Okay. Ist doch wieder... Das ist... Das wird nicht gut gehen, Freunde. Das geht... Was ist das für ein Zeug? Aber ehrlich gesagt, wie wär's mit wegrennen? Einfach so ne Idee? Dass wir... Uns... Verdünnisieren? Aber sie rennt nicht. Warum können wir denn nicht rennen? Okay. Kann sich jemand damit transportieren? Über die... B-B-Blut... Dinger? Also... Gibt es... Weiß ich nicht. Kann da jetzt jemand spawnen? Oder... Ja. Karte aufrufen. Weil... Wie... Hä? Okay. Ich komme nicht zurück. Doch. Ich geh't. Aber warum ist denn jetzt hier überall dieses Blut? I don't get it. Was war das? Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich diese Person da aus dem Käfig holen sollten. Aber wir machen's. Weil... Wie... Wie können's? Entriegelt. Yeah. Ma'am? Was ist das? Was ist das? Nein! Nein! Stopp! Hilfe! Hilfe! No! Danke. Danke. Das war... Ich... Was? Du siehst aus wie... Ich... Ich... Wer bist du? Ich bin Rose. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum ist denn jetzt... Warum haben wir hier eine Zwillingsschwester oder was? Also ich mein, sie hat uns geholfen. Cool. Aber... Oder ist das jetzt einfach unsere Einbildung oder... Was macht... Geht's hier? Wo? Wo? Wie? Wie? Okay. Okay. Ja, dann... Ja. Okay. Cool. Also, ja. Wir helfen dir. Damit wir da unten weiter durchkriechen können. Ja. Also, vielleicht... Sollen wir... Hinterher? Ich wollte schon immer mal hier so durchkrabbeln. Vor allen Dingen, wenn wir vorher in einem Labor waren und sie sich immer noch nicht drüber wundert, dass wir hier nicht in einem Labor sind mehr. Sondern in irgendwelchen... Gott, komm. Nochmal, Rose? Wie oft sind wir denn vertreten? War es auch nochmal, Rose. Warum? Ja, wahrscheinlich... Nee. Also, wäre jetzt meine Vermutung, dass sie es genauso wenig weiß wie wir. Weil... Wer weiß das schon so genau. Okay. Muss schnell diesen Hebel finden. Geh tiefer rein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was können wir hier? Wow. Okay, wir können hier Hide and Seat mäßig... durchrennen. Und sollen jetzt hier einen Hebel finden. Okay. Weil ist ja auch gar nicht creepy. Über... Ob nicht. Und an der anderen Seite verschlossen. Okay. Nein, super super super. Ich würde, wie gesagt, immer noch gerne sprinten. Freunde, sprinten. Gäbe es diese Option bald demnächst möglich. Da hört er sich nicht so gut an. Ich weiß nicht. So, jetzt... ...liegen hier noch weitere Rose. Aber sehr viele Roses. Okay. Und hier gibt's den... ...Häbel. Wow, wow, wow. Fuck you. Okay, ich... So... Oh Gott. Was ist... Warum? Warum? Einfach nur... Warum? Und wie geht? Okay, jetzt können wir wieder... ...zurück. Und den Hebel... ...nutzen. Ja. Was passiert hier? Oh Gott. Okay. Also der saugt uns anscheinend irgendwie aus. Keiner noch. Ich hab auch keine Waffe, kein nichts. Können ich die nicht erschicken? Okay. So viel dazu. Okay, aber wir können uns auf jeden Fall verteidigen damit. Das ist schon mal gut zu wissen. Scheiße! Sie sind überall! Nein, lass mich doch in Ruhe! Lass mich, lass mich... Nein! 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 Komm schon, komm schon! Nein, 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 nein! Das ist mir egal! I am away! Ich kann aber auch nur wegrennen, also... What can I do? Was? Ja, und jetzt? Könnte ich die jetzt irgendwie kaputt machen? Gibt's da eine Möglichkeit? Nein! Bleibs weg! Komm schon! Mach was! Keine Ahnung! Irgendwas! Okay. Okay. Das war was anderes, aber... Komm! Lass es... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Geht weg! This way! Okay. Wir haben einen Helfer. Also, der zeigt uns die Richtung an. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Äh. Äh, okay. Immer weiter. Immer weiter. Werden wir jetzt nicht weiter verfolgt, oder? Haben wir die jetzt abgehängt, oder? Was ist... Was ist los? Okay. Wo sind wir denn jetzt? In welchem Haus? Ey, sag mir nicht, dass wir bei Lady Dimitrescu sind hier. Das sieht verdächtig danach aus. Verdammt. Shit. Das sieht nicht so... Todi, frudi aus. Okay. Ja, also... Bis jetzt... Was bist du? Kein Feind. Gut zu wissen. Okay? Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Meinst du, er kann dir jetzt die komplette Erklärung geben? Verschwinde sofort. Lief nach oben. Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Ja, das wüssten wir alle gerne. Go while you can. Geh so lange, wie du kannst. Okay. Nicht bevor ich das losgeworden bin. Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Zu gefährlich. Ja. Wer bist du? Mein Schutzengel? Vielleicht. Okay. Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Ethan? Michael. Okay. Cool. Michael. Michael? Und jetzt? Ja, das ist die... Das ist die question. Gefährlich hier. Geh weiter. Okay. Dann geben wir Umgebung erkunden. Na dann... Wunderbar. Jut, okay. Wir müssen jetzt hier uns umsehen. Auf jeden Fall mal da vorne ein Speicherpoint. Schon mal gut zu wissen. Wir werden doch erstmal speichern, glaube ich. Ja. Speichern wir. Sehr nice. Sehr nice. Und wir sollen ja schnellstens... Lieven. Also, ne... Verschwinden. Aber wo sind wir? Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ihr mich mit einer solchen wichtigen Aufgabe betraut. Ich kann vermelden, dass die flüssige Lehre, die ihr mir habt zukommen lassen, einige prächtige Eigenschaften aufweist. Am nützlichsten hat sie sich bisher meinen Hunden bei der Jagd erwiesen, wo sie ihnen zur Verfolgung unserer Beute behilflich ist. Sie wirkt außerdem Wunder in der Verlangsamung und der Gefangennahme der Häschen. Einige waren gar dumm genug, in die Flüssigkeit zu treten und völlig von ihr verschlungen zu werden. Dies in meinen Händen bin ich sicher, dass ich eure Erwartungen erfüllen und die Ergebnisse erzielen kann, die ihr euch so erhofft. Was denn für Ergebnisse? Also, what is the plan? Do... What? Do you know? Ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Dann gehen wir hier raus. Okay. Die draußen scheinen zumindest erstmal Erste Hilfe zu sein. Das finde ich gut. Gut, 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 gut. Ähm. Ähm. Benutzen. Okay. Und warum gibt's von uns... Sie tun mir so leid. ...20.000 Kopien? Lauf, es würde sein Leben aber abhängen. Das muss ich. Wer bist du? Was war das? Ich bin... ...wirklich in dem Schloss von dieser Dimitrescu... ... ... Ist das der... ...ähm... ...wie ist er denn? ...und wieder eins geschnappt. What? Ein lebhaftes Ding bist du. Wirst du doch mit dieser Energie weggelaufen. Das hätte die ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los! Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Was machen die denn? Was ist denn? Warum? Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Was? Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Warum? Ich dachte, er wäre immer eine Gude. Was ist denn mit ihm? Ich habe immer gedacht, dass der Typ eigentlich easy wäre. Oh nein, er ist essen. Okay. Er ist auf jeden Fall nicht easy. Von der anderen Seite verschlossen ist ja wunderbar. Nein, nein, nein. Lass mich doch mal los! Ich muss doch hier wahrscheinlich nur zur Tür. Hoffentlich. Und? Ein Glück! Ein Ausgang! Ja, mal gucken, ob wir hier wirklich rauskommen. Ja, nee. Was jetzt? Ja, I don't know. Hier durchrennen? Macht das Sinn? Irgendwas zieht mich runter! Ja, denn? Keine Ahnung. Raus hier, schnell! Hau! Ich glaube, wir sind gestorben. Sie sind verloren. Okay, cool. Neustarten. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie, wo, also, hä? Wo geht's denn hier zwei denn? Also, ja klar, wir müssen den Weg hier lang her. Ne, haben wir safe. Jetzt. Also, da bin ich mal ziemlich sicher. Aber wie geht's denn dahinten weiter? Wenn wir dann einmal durch sind, weil das Tor schließt sich ja und... Lass mich durch. Ist mir egal. Lass mich durch. Ist mir egal. Weil hier... Komm ich nicht hin. Was jetzt? Wieder zurück. I don't know. Ach ja, ja, hier. In Gefahr, ja. Raus. Weapon. Ja, Waffe. Zum Beispiel. Eine Pistole. Würde ich feiern. Echt jetzt? Gib mir eine. Woher denn bitte? Ja, zu mir eine zaubern. Berühre meine Worte. Ja, sofort. Etwa so? Ja, nice. Hab ich unendlich Munition? Ich hoffe. Zielen und schießen. Na dann. Oh, dass du ziemlich langsam schießt. Ich hab nur vier Schuss. Wollt ihr mich veräppeln? Warum hab ich denn nur vier Schuss? Was ist gut? Okay, du wusstest nicht. Schade. Äh. Muss ich hier irgendwie vielleicht noch was aufschießen? Hm, leider nein. Leider gar nicht. Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Du kannst mich mal im Arsch lecken, Ada. Sie sind weg. Aber hier ist doch der Kristall. Können wir den nicht einfach jetzt nehmen? Das muss der Kristall sein. Ein großer Kristall, der zartblau leuchtet. Zartblau. Hm. Bronze, Silber, Gold. Die... Der Masken 3. Ich brauche wohl diese Masken, um ranzukommen. Ach, das wird ja wieder... Ja, das könnte ja ein Spaß werden. Ey, wir sind wirklich hier in diesem Anwesend. Ey, es ist... Okay. Okay. Was ist das? Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Das sind Tiere, jeden, der die Wahrheit... Okay. Okay. Also, wir haben aber auch nur... Okay, Pistolenmunition, ich wollte gerade sagen. Wir haben aber auch nur 4 Schuss, oder ne, 7 Schuss. Jetzt mittlerweile 10. Oh, und wir werden gejagt. Von diesen... Viechern. Die stecken aber schon einiges ein. Also... Das ist nicht ganz so einfach, die kaputt zu kriegen. Also... Ist halt nicht so ganz so einfach. Also, die fressen ordentlich. Okay. Bolzenschneiden. Das ist gut. Ich weiß mal noch nicht wofür, aber... Das ist natürlich gut. Was können wir jetzt mit dem Bolzenschneider machen? Weil... Das, was ich da vorne gesehen habe, bedient ja... Oder benötigt ja einen Schlüssel. Kein Bolzenschneider. What is happening over here? Okay. Was ist denn hier? Should help. Soll helfen. Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Ja, das wäre cool. Kann ich nicht. Warum nicht? Also, bin ich quasi allein? Warum kannst du mir nicht helfen? Pistolenmunition und Co. Kannst du mir liefern, aber... Also andere nicht? Ah. Ah. Jetzt weiß ich, warum ich den Bolzenschneider brauche. Verstehe. Und... So, lass mich raten. Hinten auf dem Hinterhof. Das ist ganz viel Stuff. Ganz toll. Gibt's hier... Gibt's hier... Nee, gibt's nicht. Schade. Ich wollte gerade sagen, gibt's hier noch irgendwie Munition oder so? Kraut. Kraut ist gut. Kraut. Können wir mal gut benötigen. Maske eingeschlossen. Okay. Kern zerstören. Kern. Was ist denn jetzt der Kern? Meinst du das eklige runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Use your powers. Meine Kräfte? Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Ja, vielleicht solltest du erst mal lernen, damit umzugehen. Weil vielleicht willst du ja am Ende gar nicht mehr loswerden. Aber... Wie? Was muss ich tun? Konzentriere dich. Finde deine Mitte. Brauchst der Verstärker. Verstärker? Äh, warum? Geh weiter durch die Tür. Durch diese da? Okay. Und wenn ich denn... Also... Den Verstärker finden. Einen Zaunverstärker? Einen... Okay. Das war jetzt... Nicht so clever. Oh man. Oh man. So. Achso, ich dachte, das wäre Kraut. Hä? Was ist das denn für eine Tür? Verschlossen. Okay. Gut, 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 gut. Schießpulver. Schießpulver finde ich gut, um nachher selber Munition herzustellen. Ey, das ist doch alle... Das ist nicht gut. Könnt doch... Also, nee. Aber ein paar nutzliche Kombinationen daraus gefunden. Kraut und flüssige Chemikalie. Schießpulver und flüssige Chemikalie. Es gibt sicher noch mehr Dinge, die man kombinieren kann. Was ich auch tun muss. Ich werde überleben. Öffne das Inventar, um Munition herzustellen. Nein, wir wollen aber keine Munition herstellen. Ich will jetzt erstmal... Man, seid ihr verschlossen. Öffne das Inventar, um erste Hilferarzne herzustellen. Wollen wir auch nicht. Das ist alles... Das zieht... Not so nice aus. Okay. Also, durch... Das Zeug wollen wir ja nicht durch. Warum kann ich die nicht abschießen? Warte kurz. Ich muss mal einmal nachladen. Okay. Vielleicht sollten wir jetzt doch Munition herstellen. Wäre so eine Möglichkeit. Maybe. Danke. Ich habe ja nichts mehr an Munition. Dabei wollte ich ihr doch nur helfen. Ich wollte sie retten. Aber hinter mir ist keiner, ne? Safe. Safe, safe, safe. Können die vielleicht auch, wenn die hier... despawnen, ähm... Wollte gerade sagen, ey, ich hoffe, der despawn jetzt gleich. Könnten die vielleicht auch Munition fallen lassen? Irgendwas? Vielleicht sollte ich nicht gegen jeden kämpfen? Vielleicht. Vielleicht ist manchmal auch cleverer, einfach... abzuhauen? So wie jetzt? Jetzt ist, glaube ich, die... auf keinen Fall durch. Nope. Vielleicht... komme ich ja irgendwie oben drüber. Zum Beispiel. Ne? So... mit einem Ladder. Eine gute Aldo-Ladder. Okay. Jetzt sind wir hier schon wieder irgendwo um nirgendwo. Also ich meine, ich weiß, glaube ich, noch, wo wir uns befinden. So haustechnisch. Das Spiel Resident Evil 8 habe ich ja auch. Ist ja schon ein bisschen länger her, wo wir das gespielt haben. Ähm... Aber wir kommen so... Gewisse Ecken kommen hier einfach sehr bekannt vor. Genauso wie hier. Hier haben wir nämlich damals auch die geile... Äh... Hier war nämlich dieses Manneken und die... Hier haben wir nämlich auch die Schrotflinte gefunden gehabt damals. Ja... Nein. So, und wir sind immer noch auf der Suche nach dem... Verstärker. Wo ist dieser Verstärker? Ich will auch nur meine Kraft nutzen. Also vielleicht... Ja, das würde ich natürlich richtig feiern. Dass die Kraft, äh, äh... Besser ist als meine Pistole. Das... Okay. Das ist der... Verstärker. Wir lesen uns aber erstmal ganz kurz hier das Ganze durch. Ich habe einen Weg gefunden, eine gravierende, äh... Destabilisierung von Teilen des Mytermyzyd-Netzwerks herbeizuführen, indem ich eine stirrende Kraft einbringe, die die zur Kommunikation benutzten Autoinduktoren blockiert. Beispielsweise beginnen die Skellerotin, die runden, kernähnlichen Myklokörper, auf zellulärer Ebene zu zerbrechen und bei einer derartigen Störung ganz zu zerfallen. Skellerotin bilden sich, wenn der Mytermyzyd sich an neuen Stellen formt. Sie dienen dort als Halt, beziehungsweise als eine Art Ankerpunkt. Sie sind zumeist mit einer Fläche von flüssiger Leere verbunden, über die der Pilz sich ausgebreitet hat. Werden nun die Autoinduktoren eines solchen Skellerotirums gestört, beginnt es zu zerfallen. Mit dem Skellerotium verbundene flüssige Leere zerfällt dabei ebenfalls. Es scheint, dass bei Destabilisierung eines Skellerotiums ein Signal ausgesendet wird, welches weitergibt, dass dieser Ort nicht länger für Mytermyzyd-Besiedlung geeignet ist, wodurch eine ganzheitliche Rückzug ausgelöst wird. Das finde ich ja mal nice. Heißt für mich, ich nehme das, Behälter 1. Was passiert jetzt damit? Was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Konzentrieren. Okay, Fokus. Ja, eigentlich. Konzentrier dich. Ah, 25, minus 3. Ich fühle mich anders. Wie ist das aus? Okay, na, da bin ich mal gespannt. Können wir uns vorher nochmal Munition craften? Wäre das eine Option? Ja. Sehr gut. Fokussieren. How? Fokussieren. Ja, aber wie? Also, wie kann ich den Fokus setzen? Mit Leertaste. Okay. Das ist irgendwie nice. Okay, das habe ich geschafft, bevor die Viecher gespawnt sind. Ja, das ist natürlich auch nochmal richtig geil. Könnte ich denn das Ganze auch gegen die Viecher anwenden? Also, wenn ich nicht gleich den Kern finde, dass man, dass man einfach, äh... Oh Gott, was habe ich denn hier unten rechts? Weil das ist ja ein... Habe ich nur eine begrenzte Anzahl von Fokus? Oder... Wie darf ich das verstehen? Also, da unten, da wo meine Munitionsanzeige ist, ist es ja auch... So eine Ader. Ah, jetzt mal. Und der ist ja die große Frage. Äh... Ist das eine Art Munitions... Und... Gedulds? Ja, und wie? Wir sind ja den... Ach doch, da oben. Sagen wir, wir sind ja den Kern, nicht? Okay, cool. Also, so können wir auf jeden Fall... Aufräumen. Das finde ich... Wiederum ganz... Nein, jetzt. Wo bist du denn? Kann ich den auch fokussieren? Nee. Okay, die Viecher kann ich leider nicht so kaputt machen. Schade. Schade, schade, schade Schokolade. Das hätte mich jetzt ein bisschen... Gefreut. So, jetzt ist nämlich die Frage... Also, mache ich jetzt jedes Ding kaputt, was ich auf dem Weg hierher finde? Ich meine, ey... Können wir auch behaupten, das Haus ist gereinigt. So, lass uns mal gucken. Was finden wir hier? Großraummagazin. Ja. Teil ausrüsten. Nice. Ein erweitertes Magazin. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Dass wir einfach mal ein paar Schuss mehr haben. So, hier können wir noch nicht durch, aber da finden wir noch nicht den Kern. Aber hier können wir auch noch mal durch. Und finden hier wiederum Munition. Alles gut. Alles gut. Alles sehr, sehr gut. Und so wie es aussieht, können wir unsere Kräfte anscheinend... Äh... Dauerhaft nutzen. Also wir... Also wir haben... Nicht sowas wie eine Art Munition, die vergeht. Zumindest nicht so, wie sich das anfühlt. Sondern wir können es anscheinend unbegrenzt nutzen. Was natürlich ganz nice ist. Weil wir damit natürlich einiges zerstören. Oder zerstören können. Um das Haus zu reinigen. Wie Steven sagen würde, dieses Haus ist nun gereinigt. Oh, gut. Das ist die Chemikalie. Das Gute ist, dass wir natürlich dann dadurch... Äh... An die verborgenen Dinge hier rankommen. Oh. Okay. Äh... 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 Wie jetzt? Wo ist denn jetzt hier der Kerl? Er ist aber hier nie... Kein Kerl... No Kerl zu sehen. Hier geht es nochmal raus. Weil da hinten ging es auch nochmal raus. Äh... Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier direkt schon mal hin möchte. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz auf... Ne, da nicht. So, warte mal. Aber hier war doch auch noch eine Tür gerade gewesen. Ja. Ah, und von hier sind wir gekommen. Mh... 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 Wie wir das auch immer anstellen Geht's auch schon mal nicht Schade Äh Und wie machen wir das jetzt? Hä? Aber meine To-Do ist doch Die einäugige Tür öffnen, ja Okay, aber wir können die nicht öffnen, weil Wir den Schlüssel dafür nicht haben Was hier? Ja, aber wie? Tür mit einem Auge tief unten im Keller Ja, aber wie kann ich die denn setzen? Also Ja, da ist die silberne Maske Okay, hab ich verstanden Aber ich kann sie nicht öffnen Ja, hier die Tür Und meine Power is useless Äh, ich kann das da nicht, äh Schnieschner, Schnappi, äh, nutzen Rest Wie? Rest Mach Pause Wie? Mach Pause Stimmt was nicht? Nichts stimmt Das war alles nicht so geplant Warum nicht gehen? Ja Ich brauche immer noch diesen Kristall Darum bin ich hier Nimm Danke Hallo Ja, cool Aber Ich verstehe es nicht Also Ja Kräfte sind Okay Gebe ich, gebe ich dazu Du bist nicht die Bronzemaske, ne? Auch du bist die Bronzemaske Okay Das war nicht gewollt Aber ist nun passiert So gibt es denn eigentlich auch Kerne Die wir eventuell Nicht zerstören können Weil Wir noch mehr Power brauchen dafür Oder so Oder können wir jetzt jeden Kern damit wirklich kaputt machen Mit Dieser einen Kraft Die wir hier so haben Und können wir den Wie hießen jetzt nochmal Also Wie hießen der Typ Der Verkäufer Wie hießen die eigentlich richtig Ein Einäuliger Schlüssel finden Hier ist der zweite Schuh 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 Übrigens Äh Wo waren das jetzt gerade? Angezeichnete Karte Eine einfache Zeichnung Für einen Teil des Schlosses Eine Stelle wurde mit einem Schlüssel Mit Auge markiert Ah Second floor Ganz hinten rechts In The dressing room Okay Weiß ich zumindest Wo wir hin müssen Aber vorher geben wir hier nochmal ein paar Sachen Uns angucken Das Gemälde eines Schmetterlings Ist Es ist Fest im Rahmen fixiert Und kann nicht entfernt werden Das kann hier nicht verwendet werden Das kann hier nicht verwendet werden Das kann hier nicht verwendet werden Da fehlt einer Ah I don't know Der Häuber steht in Reih und Glied Und ein jeder auf seine Beute schielt Ich kann die hier allesamt nehmen Oder was? Das Gemälde zweier Wölfe ist fix im Rahmen fixiert Gemälde zweier Schafe Gemälde eines Frosches So lasst mich mal raten Da kann ich nicht nehmen So Das Gemälde ist eine Schmetterlings Das ist fest im Rahmen fixiert Und kann nicht entfernt werden Okay Der Wolf ist böse Ne Also der Wolf ist ja Safe böse Die Räuber stehen in Reih und Glied Ein jedes auf seine Beute schielt Also der Wolf schielt normalerweise Auf Schafe So Die Spinne wiederum Schielt eigentlich auf Insekten Oder? Aber nicht auf Schmetterlinge Schmetterlinge Sind vielleicht Schmetterlinge Vielleicht doch der Frosch? Aber dazu fehlt uns dann hier noch Das mittlere Gemälde Wo könnte sich dieses Gemälde verstecken? Gut Gehen wir erstmal weiter Also klar Wir müssen das so Kleiner fixer Die fressen ganz schön viel Ja an Munition Also Wo ist denn hier der Kern? Kernkompetenz Hier oben Sieh an Du steckst voller Überraschung Was? Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich durch Ist der jetzt nicht euer Ernst oder doch? Ich bin von diesen Kreaturen hier reingeflohen Aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er sollte doch hier irgendwo sein In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht Muss in der Nähe sein Ja, 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 also, ja Geh nicht zu schwach Hinter dem Kabin Ja, das habe ich mir gedacht Dass hinter dem Kabin der ganze Rotz ist Aber wie kann ich Danke Michael, danke It's very nice of you Äh, finde ich gut Finde ich gut, finde ich gut Dankeschön Lüber liegen hier Schuhe Nimm das. Pistolenmunition auf jeden Fall. Fake this. Variante 2. Sind wir jetzt dadurch denn noch effektiver? Okay. Sorry ganz kurz für die Lags. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt vorbei ist mit den Lags. Dass wir jetzt hier smooth durchspielen können. So. Aber wieder zurück zum G-Cheft. What is... Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Auf Gegner fokussieren. Okay. Ich kann den Gegner lähmen. Würde es so weit gehen, dass ich sogar dran vorbeisneaken könnte dann? Richtig nice. Wurde richtig nice an. Aber gut. Nein. Lauf doch einfach. Das auch. Das auch. Zweigweißer Seilball. Was macht der? Also... Okay. Hey, vorsichtig. Okay. Okay. Cool, 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 cool. Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Auto- in Didaktoren in einem Mytamycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei... Was? Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht wie bei Sklerotin eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegung, durch welche besagte Organismen praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Und wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieses Störeffekt sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Okay, das heißt hier, ich kann hier dann ein- einfrieren. Das heißt, ich brauche gar keine Angst mehr vor den Viechern haben. Come on, come on, come on, radio on. Okay, cool. Also, wenn ich hier einfrieren kann, dann brauche ich ja auch meine Munizierung nicht bei denen verschwenden. Oh, warte mal. Das ist jetzt noch zu clever? Nein, 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 nein. Geh weg. Geh doch weg. Okay, warte mal. Muss ich dafür vielleicht das hier benutzen, um mich wieder aufzupeilen? Also, okay. Ich habe anscheinend davon nur drei Schoß. Wollt ihr mich? Wo guckst du denn jetzt her? Na super, ich dachte die sind dann einfach Freeze as fuck Nein sind sie nicht Ja nicht doch, mach doch irgendwas Okay, wait a second Na doch, mach! Schnell, mach! Mach doch nicht so! Das ist jetzt aber unfair, Freunde Das ist nicht so gut Das ist wirklich nicht so gut Da hab ich keine Munition mehr Aber das ist doch scheiße Jetzt mal holen Ist da jetzt noch einer oder was? Ich hoffe nicht Ich muss Munition finden Okay, Munition gefunden Nice, nice, nice Ist ja gar nicht stressig, überhaupt nicht Ist ja mal Mega nice, dass ich jetzt hier reingerannt bin Für nichts Ich würd gern noch ein Bild finden Für Das Rätsel hier oben Aber ich glaub, das ist jetzt Nebensichtlich Okay, komm, wir gehen einfach Wir gehen einfach in Äh, wieder auf den Hoch und Stay safe Ja Pass auf dich auf Red mit ihm Sag ihm doch was Versuch ich ja Aber dieser Irre Und seine creepigen Freunde Machen's mir nicht gerade leicht Run? Ja Wie? Kann sie kaum alle erledigen Ey, ich dachte Jetzt kommt hier Alter Ich wollt ganz kurz nen Schluck trinken Ey, Freunde, wirklich Das ist ja heftig Hm Hm, hm Ja, ich würd sagen Wir gehen jetzt in den Keller Holen die Silberne Maske Vielleicht Äh Warum ist das hier schon wieder Jetzt so geklippert? Ey, wo ist denn jetzt die Ah, das ist doch jetzt hier Rechts, ne? Genau Damit wir den Ja, damit wir vorwärts kommen Dann schauen wir doch mal Was wir hier finden Entriegelt Ho, ho, ho Du pfiffiges kleines Häschen Hast es bis hierher geschafft Ja Und? Die nächste Maske Wirft du aber nicht zu leicht in deinen dreckigen Pfoten wegkommen Was? Wie? Was war das? Lol Was zum? Okay Einfach, ne, Mrs? Wer weiß? Das ist kranker Schwein Alter Was haben die hier Veranstaltet? Okay, komm, wir nehmen erstmal hier The Crowd Die Gude Alles verschmissen Das ist ja natürlich schön Schön, schön, schön Die fressen aber auch Munition Es ist unglaublich Freunde, könnt ihr auch mal nicht so viel Munition Pfff Chemikalie Gäbe es diese Option Dass ihr vielleicht nicht ganz so viel Einsteckt Ich hab wieder nur 5 Schuss Es reicht 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 Es reicht doch Never Ever Äh Für Die Sachen Okay, hier komm ich nicht hin In dunkler Tiefe Ich taumelte Danach die Pfeile Schossen zuvor ähm Zuvor am Galgen Ich baumelte Ohne Rast und Ruhe Darauf Daraufhin Durch Schwertes Hand mein Blut vergoss Oh nooo Hä? Okay, warte mal Hier sind Bögen Okay, warte mal Was brauch ich als erstes In dunkler Tiefe Ich taumelte Danach die Pfeile Die Schossen In dunkler Tiefe Ich taumelte Das sieht aus wie das hier Danach Die Pfeile Erschossen Ich am Galgen hing Und Mit dem Schwert Die Kacke mach Richtig? Nein Schade In dunkler Tiefe Ich taumelte Danach die Pfeile Schossen Zuvor am Galgen Ich baumelte Ohne Rast und Ruhe Daraufhin Durch Schwert Hand Und meine Blut Vergossen Hä? Ist doch aber richtig In dunkler Tiefe Ich taumelte? Ist doch jetzt richtig oder nicht? Hä? Hab ich doch grad eben auch schon gemacht? Egal Egal Wir nehmen es so wie es ist Also komm ne Hier ist er Take it Take it Boah Ich weiß jetzt nicht ob das so gut ist Einfach so runter zu springen Komm mal Wir haben anscheinend keinen Schaden Genau Warte mal Wir nehmen mal vorsichtshalber erstmal dieses Kraut hier Ähm Benutzen Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier rüber Und versuchen uns mal Erste Hilfe zu machen Sehr gut Sehr gut Sehr gut Äh Weil hier scheint nichts weiter zu sein Mhm Mhm Cool 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 Nicht so cool Die Silberne Maske ist in dem kleinen Raum ganz hinten Ich bin so nah dran In welchem kleinen Raum? Okay Okay Wenn Kugel nichts bringen dann Herr Pislakowski Oder auch nicht Okay Okay Wait 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 A second Äh Ja Scheiße Ähm Nochmal scheiße Ich find mir gerade ein paar Nicht so nice Not so nice Not so nice Not even close Ich hab keine Munition mehr Okay komm wir rennen weiter Wir rennen wieder zurück Wir machen Wuhu Okay Wait 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 Wir können ja ein bisschen tricksen Yes Nooo How much is the fish? Also warum ist denn so Fuck schnell Fuck schnell Ich hab niemals Never Hast du mich getroffen Wann ich hier ganz kurz ähm Das da mach Ne Untersuchen wollte ich es nicht Ich wollte es hier nehmen Scheiße Können wir ganz kurz Ganz kurz Warte kurz Können wir ganz kurz Und können wir ganz kurz Ihn hier Ja Das war jetzt Nicht so gut Das lief nicht Nicht allzu gut Gut Dann Machen wir es umgekehrt Wir Nehmen jetzt das da Äh Machen wir uns noch ein Heilung Ja Warten das Ding hier erstmal nochmal kaputt Damit wir I don't know Irgendwas anderes kriegen Sehr gut Wahrscheinlich nochmal Munition Ja Sechs Stück Sehr gut sehr gut sehr gut Die laden wir schonmal nach Jetzt Gehen wir hier hin Und versuchen erstmal Nope Ja hier war das mit dem Anderen Fenster Genau Okay Warte 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 A second Ausrüsten Es hat nicht gereicht No 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 Okay das reicht nicht Dann ist nicht das Richtige Ähm Nehmen Ähm Ganz schnell weg Ganz schnell einmal hier im Kreis rein Nein No no Das ist nicht possible Alter Der hat er jetzt aber auch ganz schön teil Ein mit gegeben Warte, 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 warte Lass mich durch, lass mich durch Lass mich durch Lass mich durch, lass mich durch I'm safe, I'm safe Lass mich durch Wir müssen ganz kurz nochmal das Kraut nehmen Alter, warte, warte, warte kurz Können wir hier das benutzen So, wo bist du? Komm mal hier her Komm mal hier her Dankeschön Dankeschön Lass mich durch Dankeschön Ist mir egal, ist mir egal Lass mich hier durch Ich hab einmal geschossen, war nicht gut Ist mir egal, ist mir wurscht Ich bin weg Fuck you, warum? Hm Oh No, 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 no No, 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 no Oh no Lass uns hier raus Lass mich doch durch Lass mich Lass mich Lass mich, I'm, I'm on my way Out, out, out of here Komm, weg, weg, weg Alter, Falter Was sind da denn das für Endgegner? Ist ja fast schlimmer als Dark Souls Da Da No Okay, okay Wir müssen uns ganz kurz akklimatisieren, ganz kurz Alter Das war gar nicht mal so Wenig Bin ich ehrlich Ha Ha Okay Gut Gut, jetzt haben wir diese Hörnemaske Und äh Ich hab keine Munition mehr, ne Doch, vier, vier Schuss hab ich noch Scheiße, ich hab sonst nix Oh, ich hab noch eine Bombe Safe, passiert da jetzt auf dem Rückweg was? Äh, äh, diese Tür ist auf einmal offen Okay, was ist die Maske? The Mask? Ja, ich hab doch die Maske, oder nicht? Habe, also, oder? Ich hab sie, wenn auch knapp Ich weiß noch sagen Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht Don't fight Sag bloß, gegen den hab ich keine Chance Take this Ich nehm jede Hilfe, die ich krieg Oh, sehr gut Munition und Kraut Da seh ich mich Äh Sofort Kraut nehmen Kraut Wir nehmen dich Benutzen Wie sieht's aus? Gesundheit technisch Sind wir Okay Also geht's uns Einigermaßen Uh Uh Snake Damit können wir doch Mit der Schlange Können wir doch jetzt hier Ähm Kann ich hier nicht einfach aufschließen? Entriegelt Äh Mit der Schlange können wir doch jetzt das Bilderrätsel lösen So Äh, ja, gehen wir hier weiter Äh Okay Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier wirklich weitergehen sollten Oder ob wir Äh, wir machen's mal Aber wir können hier Kraut mitnehmen Und wir können hier weiter vorwärts gucken Äh Was ist da also Wartet jetzt nur um Stuff zu finden? Okay Cool Ne, warte mal hier geht's ja noch weiter Äh Rostige Reste Äh, was auch immer wir mit rostigen Resten herstellen können Flinten Munition Schießpulver, rostige Reste Flinte habe ich ähm Speisezimmer gesehen Haha Rohrbumme, Schießpulver, rostige Reste und Kraut Das sollte mir bei der Flucht helfen Das ist gar nicht so verkehrt Zu wissen Ach, jetzt haben wir hier quasi einmal alles, alles geöfnet Das ist natürlich nice So und erstmal ist jetzt hier auch nichts weiter Böses erschienen Was auch Okay ist So fällig, fällig in Ordnung Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus Äh Das Willkommen in der Galerie der Verzweiflung Eine wundersame Ausstellung einer Jener Glücklichen, die Mindestens eine Maske zu erobern vermochten Lass deine Augen über die wenigen auserwählten Schweifen Deren letzten Momente der Verzweiflung Für alle Zeit in dieser Galerie festgehalten sind Bezeuge an dieser Stadt das Licht des Lebens Was? Bezeuge an dieser Stadt das Licht des Lebens aus einer anderen Perspektive Äh Der ist äh Aber Creepy Aber cool, 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 cool Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück Bist ganz schön hartnäckig, Miles Ja, ich bin ganz schön hartnäckig Und zwar sehr hartnäckig Ich bin noch schneller als die, oder? Nope Nope Lass mich in Ruhe Ist mir egal Ich bin weg Danke So, jetzt äh Packen wir die silberne Maske hier hin Ist das richtig? Nope Die passt da nicht hin Gut Dann packen wir sie hier hin Weil da passt Passt sie hin Yes Cool Jetzt nur die Frage Wo finden wir die Guldene Maske? Damit wir den Kristall bekommen Und dann werden wir den Pilz los? Ich weiß es nicht Aber wir packen jetzt erstmal Ähm Die Schlange Warte mal Die Schlange packen wir hier rein Ne Die Schlange packen wir nicht da hin Nein Wir packen die Schlange hier nicht rein Sondern wir nehmen Das da Das da Und das da Und packen dich Dahin Dich Dich Dahin Und dich Dahin Richtig? Yes So, damit haben wir zumindest das Tor geöffnet Aber Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Ja Dreiäugiger Schlüssel Das Dreiäugige Emblem ist Zeugnis von Herrlichkeit Die goldene Was? Die goldene Maske möge dir vergönnt sein What? Wieso vergönnt? So, warte mal Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen Wo waren jetzt die Schrotflinte? Achso, im Speisezimmer Stimmt Da war was Aber wieso sollte ich mir die goldene Maske vergönnt sein? Ich find doch alles Oder nicht? Also, ich hoffe Mal kurz nachladen So, hier können wir da jetzt den Schlüssel einsetzen Richtig Damit kriegen wir jetzt die Schrotflinte Das gefällt mir schon besser Yes Wir werden auch Vorsicht Zalbea Schrotflinte Munition herstellen Ja Jawohl So Und äh War das jetzt unser Begehr? Die drei Masken finden Ja, also Ja Haben wir So, Küche Innenhof Da gibt's Hier gibt's auch nochmal so ein Drei-Augen-Symbol Nooo Das heißt, wir müssen jetzt hier raus, oder was? Raus, Innenhof, links, durch und dann rechts Okay Also, raus Innenhof Dann links Hier durch Dann rechts Hier durch Mach auf Mach auf What? Okay Gut Einmal kurz nachladen Pistolen Munition Sehr gut, sehr gut, sehr gut Äh Äh Ja Lass mich raten, da hinten komm ich nicht ran Genau, das hab ich mir nicht gedacht Komm ich jetzt da ran? Nope Hm Freunde, wie komm ich jetzt hier weiter? Ah Schau mal Ich muss hier irgendwie noch was kaputt machen Äh Äh, wahrscheinlich von da oben Chemikalien, okay Dann gehen wir erstmal hoch Ich würde trotzdem ganz kurz auf die Pistole wieder wechseln Äh, einfach weil wir mehr Munition mit der Pistole haben? I don't know Aber hier seh ich auch Nichts So, hier kommen wir auch nicht näher ran Schade, schade, schade Schade Schokolade Was ist hier? Das sieht alles so unheimlich aus Er ist Äh, okay, warte, da hin Komm ich hier ran Komm ich hier ran Schade Äh, kann ich Hier durch? Nein Irgendwie muss ich doch jetzt hier Was zerstören Damit zum Beispiel Das Ding hier runterfällt So, das Ding ist verbunden mit dem hier So, das Ding hat aber kein Zentrum Wenn du so willst Das ist die Frage, wo finde ich jetzt dieses Zentrum? Vielleicht doch unten? Ich unten doch noch nicht alles gesehen? Hier ist geradezu Ist das die letzte Maske? Ja, ich würde sagen Ja Guck mal, und hier hat sich der eine Kern versteckt So, okay Das ist schon mal das Okay, Freunde Dann kommt mal mit Kommt mal mit, hier hoch Ja, komm mal mit Meiner nach dem anderen So, wo ist der Rest? Ah, okay, hier kommt Verstehe Geht es nicht Wo seid ihr denn? Hallo? Hallo? Hinter dir? So Es muss hier noch mehr Kerne geben Ja, gibt's ja auch Den da zum Beispiel gibt's auch Kladatsch! Oh, er fällt runter Er fällt nicht runter! Okay Wait Wenn er nicht runter fällt Dann müssen wir doch nochmal nach oben Weil jetzt haben wir ja den Durchgang frei Und vielleicht können wir ja von dem Durchgang aus den anderen Kladderadatsch äh, fallen lassen Wer weiß, wer weiß Ich hab aber keinen Hab ich noch? Oh ja doch, oder? Ich bin noch ein Einweisesalber hab ich noch Nicht you? Hab ich noch mal ein Crowd? Ne, warte mal, dafür ist mir das zu schade Dafür war es mir geradezu schade noch, äh, die Bombe da, äh, reinzuschmeißen Hier hätte ich vorhin reinschmeißen müssen Das wäre Besser gewesen Aber so ist ja auch okay Also Haben wir jetzt nochmal einen Crowd? Äh, unten dürfte ich ja jetzt da rankommen Richtig? Eigentlich ja Genau So, weil dann kann ich mich mit der goldenen Maske, aber Dann hätte ich ja Also Wollen wir wirklich Äh, wollen wir wirklich unsere Kräfte verlieren? Also nachdem wir jetzt wissen, wie die funktionieren Ich würds nicht wollen The ticket Okay Okay Oh no Oh no Was passiert hier? Toll Jetzt haben wir die goldene Maske gefunden und sind jetzt eingesperrt Wo bin ich? Raus aus den Federn, Kleines Zu schade Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristallen entfernt Ich wusste die echte Rose wäre viel lebhafter Es wäre eine Verschwendung dein Leben einfach so zu beenden Lass uns doch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm nicht schmollen Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet So viel Skleron zählen So viel Skleron zählen Und fast alles abtraten Na was denkst du, findest du die echten? Dir bleibt nicht viel Zeit klein Tick tack, tick tack Beeil dich lieber sonst bist du verschlungen Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Keine Ahnung Ist ja cool, ja cool Okay, okay Ich helfe Okay, komm Dann Komm mal raus Right Okay, okay, okay Kommen wir Tiefere ist das fast Das war nicht mal knapp Hä? Hast du gesagt Right? Wie die Zeit vergeht Nur noch 90 Sekunden Ich an deiner Stelle würde kein Risiko eingehen Lower than the barrel Ja bin ich doch Ich bin doch unter dem Barrel Wollt ihr mich verarschen? Rechts Left Lower than the barrel Ja Okay Nice work Next one is Which one? Deep shadow Deeper shuttle Okay Ich dachte du einfach Ich würde dir so leicht machen Jetzt im Ähm Das was doch ist? Bist du bereit für das große final? Hä? Harry? Ja, wo denn Jetzt nicht drüllen Allgemein Worten Ja, okay. Mach ich. Ab. Also, der da, oder was? Okay. Meine Güte, das war aber auch gerade... ...not even close. Also, das war jetzt... ...ne fiese Nummer. Warum ist jetzt hier... Achso, ich kann einfach raus. Du hast es geschafft. Yes! I made it! Und weiter? So, ja, du hast es geschafft. Okay. Okay, cool. Ja. Blind Munition. Gut. Wir haben ja jetzt immer noch die drei Masken, ne? Wir haben aber auch, glaube ich, noch ein grünes... ...en Crowd. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mh, 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 mh. Immer noch rostige Teile, okay. Äh, ja, ich würde jetzt versuchen, die Maske zu setzen, damit wir an den Kristall kommen. Also, ist ja... ...unser Haupt-Todo gehört ja dazu. Wo sind wir eigentlich? Wie, das hat nicht gereicht? ... ...neu. ...neu. Okay, wait. Komm mal her hier. Ich hab was gehört. So, soviel Zeit dazu. Mein Freund. Oh, aufschließen. Okay. Heißt doch jetzt aber am Umkehrschluss, also, ne? Wir kommen ja jetzt hier raus. Und könnten noch die Maske setzen. Fast zu weit, ja. Ja, ja. Lass mich doch durch. Endlich werde ich diese Kräfte los. Ja, aber... Aber... ...um ehrlich zu sein... ...hier schon komisch loszulassen. Ich hab so lang mit ihnen gelebt. Mach es doch nicht. Ja, vorsichtig. Ich weiß. Ich weiß. Also. Es ist doch nicht zwingend erforderlich. Oder doch? Was ich glaub nicht. Aber... Cool. Okay. Und jetzt? Okay. Was auch? Was? Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Ja? Vom echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Äh, okay. Dachtest du wirklich, ich gebe etwas zu Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! Das sieht jetzt nicht so gut aus für uns. Aber gut. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Schon wieder in dem Kerker? Hahaha. Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Hahaha. Und vorhang auf! Ja, genau. Jetzt kommt er hier wieder an, an, an den Start. Oh shit. Jetzt ist er sogar noch älter. No, 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 no. Lass mich... No, 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 no. No, 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 no. Das werde ich unterhalten. Mh, ich... Ich nicht so... Vor allen Dingen, weil sie nicht so gut rennen kann. Wait, 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 wait. Ähm... Das sieht nicht gut aus für uns, Freunde. Das sieht ja nicht so gut aus. Äh... Was mach ich denn jetzt? Äh... Äh... Ich mach das hier. Und... Nochmal. Und... Kurz hierhin. Kurz dahin. Ausrüsten. Und äh... Jetzt rennen wir noch weiter. Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Hahaha. Nicht erlaubt, kleines Himmel. Los! Los! Nein, 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 nein Ist er wirklich tot? Ich hoffe... Na, sieh einer an! Du bist um einiges lebhafter als die anderen Mädchen. Ja, ist er jetzt wirklich tot? Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung! Ja, nee, ist klar. Etwas zieht mich runter! Lass mich doch in Ruhe! Nein! Scheiße! Kann ich das hier irgendwie... ...genutzen? Das läuft nicht so gut gerade, Freunde! Ich sag wie das... ...das läuft nicht in meine Richtung! Ja, ich... Oh, oh! Where do you go? My lovely... Is er immer noch nicht down? Mein ganzes Leben hatte ich noch keinen so öden Kampf! Wieso öden? Ich hab mich gut geschlagen, ich weiß gar nicht was du hast! Lass mich hier raus! Das soll eine Show sein? Ja, wenn... Ich hab dir ne gute Show geliefert! Ich hab' auf dich schießen! Lass' ihr das nicht durchgehen! Doch, 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 doch! Lass mich mal! Okay! Nimm das! Ja, ich nehm' das! Ich mach' das! Ich mach' das! Oh, oh! Wo kommst du denn her?! Oh, oh, oh! Wo kommst du denn her?! Oh! Oh! Okay. Cool, 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 cool. Also eigentlich nicht cool. Weil ist gar nicht cool. No, 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 no. Da kommt der nächste. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Du kommst uns hier gleich angerannt, ne? Okay, falsche Richtung, falsche Richtung. Okay, okay, cool, 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 cool. So, jetzt kommt hier. Okay, okay. Wir laufen. Wir machen das. We take it easy. So. Wo ist er? Da ist er. Komm mal her. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Nein! Ist schon wieder er? Ich... Okay, komm, wir machen jetzt zwei Arzt. So, warte, wir nehmen auch gleich die erste. Ich bin jetzt... Sehr gut. Äh, nimmst du die jetzt? Ich muss jetzt sagen, take it off. So, wo ist... Wo ist... Okay. So, springen wir dein... Dein Hämmerchen? Okay. Wo kommst du jetzt? Ah, du kommst jetzt da. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Wir laufen im Kreis. Ich laufe im Kreis, ist mir egal. Oder auch nicht. Vielleicht ist es mir doch nicht so egal. Wo bist du? Komm mal her. Hä? Safe habe ich doch jetzt gerade da hinten getroffen. Okay. Das gefällt mir gar nicht, dass er sich die ganze Zeit so klein und groß macht und groß und klein macht. So wie es ihm beliebt. Und einfach hinter mir aufkaucht. Mach doch nicht so. Nicht einfach kehrt, wenn du mal kommst. Jetzt geht er wieder hier runter. Okay. Dann laufen wir jetzt hier im Kreis. Weil es so schön war. So, einen Schuss habe ich noch. Einen Schuss habe ich noch mal. Und besser. Ja, das probiert er die ganze Zeit. Aber es ist, äh... Ihr hättet no chance. Was? Äh, was machst du jetzt? Äh, was machst du jetzt? Den hat er gut abgewehrt. Den hat er gar nicht mal so schlecht abgewehrt. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Suche nach Strohfind, Munition, Bomben, I don't know. Hier gibt's nix. Und ich ran an die Stelle. Von hier aus. That is not across the blue. Aber wir, wir, wir... Wir geben unser Bestes. No, no, no. No, no, no. Okay. Langsam fange ich an zu spitzen. Okay. 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 Ich hab's. Hoffentlich. Yes. Nutzlose Kreatur. Was für eine Enttäuschung. Oh. Ich bin froh. Was soll's? Dein Tod ist unausweichlich. Woher willst du es wissen? Run. Run. Okay. Run. Ja, wohin? Da lang. Okay. Dann lauf. Ja, springen. I don't know. Mach irgendwas. Aber jump. Ja, 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 ja. Wo sind wir denn jetzt? Wir kommen jetzt wieder zurück in unsere... Da, wo wir eigentlich waren? Also... Und wir akzeptieren jetzt, dass wir die Kraft haben? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? So lange du kannst. Ich will nicht gehen. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne... Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann. Mich normal machen kann. Dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ja, okay. Also... Der Kopf. Ja, okay. Dann lass ihn uns suchen. Oh, no, no, no. Dann los. Ich sag euch, dann... Wird nicht gut aussehen. Äh... Finde den reiningen Kristall. Ja. Haben wir dann eigentlich... Okay. Pistole und Waffe und so haben wir noch alles. Okay. Cool, cool. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Äh... Okay. Es macht nicht scary. Das ist... Ich kenn den Weg noch von Resident Evil 8, ne? Also von Village. Und ich weiß, dass... Willst du meine Freundin sein? Ich weiß, dass das hier zu diesem Puppenhaus ging. Das war gar nicht gut. Das war die schlimmste Folge für mich überhaupt. Wer es verpasst hat, äh... Guckt euch gerne Resident Evil 8 an. Da seht ihr das alles nochmal in... ...polster Länge. Let's play. Ja... Vielleicht auch nicht. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor. Aber... Was soll das? So ein Spielen. Ja... Ne? Also... Ja... Ja... Das... Das... Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach gar nicht. Dieser Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob das war mit diesem Baby, was uns dann am Ende verfolgt hat. Oh! Das war so eine schlimme Folge. Was ist los? Rose. Hm... Was? Wie? Was? Okay. Was? 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 Hallo? Hallo? Hä? Hä? Was? Irgendwas ist anders. Ja, wir sind in einem anderen Fahrstuhl. Welcome, Rose. Okay, jetzt wird's weird. Ja, jetzt wird's komisch. Vielleicht so gerostet. Ja. Okay. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Zwar genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste. Aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen. Aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werde meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, wahrscheinlich beschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich. Aber es hat nicht geholfen. 4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy. Aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin, Catherine, wird auch meine Freundin. Das ist... Ja, das hört sich an wie dein Tagebuch. Das ist ein bisschen creepy. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich vage daran erinnern, wo ich dieses Symbol damals gefunden hatte. Was ist mit dem von mir drin? Warum ist hier ein Foto von mir? Hä? So, und hier waren die... Puppenspieler. Ich trau dem Frieden hier noch nicht so wirklich. Das sieht nicht... safe aus. Der Kristall ist zum Greifen da, aber man kommt nicht ran. Ja, ja. Zeit zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Ja. Ähm. Das kommt nicht sehr bekannt vor. Sehr, sehr bekannt vor. Sein Bauch ist zugeniert. Sieht aus, als wäre da etwas drin. Hm. Der Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Schere. Ein Messer. Ach, jetzt ist die Tür hier auch auf einmal frei. Hm. Ist ja mal gar nicht gruselig. Wie gesagt, das kennen wir ja zum Glück aus Resident Evil. Acht. Zum größten Teil. Und es war für mich das Schlimmste überhaupt. Also wie gesagt, die Folge war für mich richtig heftig. Ich habe keine Waffe. Ich habe nichts. Ich habe wirklich gar nichts. Toll. Ich kann mir Bilder angucken. Der zugemühte Schrank. Das Bild im Bücherregal. Der vollgestapelte Schreibtisch. Okay. Oh. No, 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 no. Also ich finde es ja krass, dass die wirklich das Setting einfach übernommen haben. Also für das DLC ist klar, logisch. Also ja, wer... Zwei. Okay. Wir brauchen einen Code. We need a code. We need a code. 44. Okay, wait. Also. 44. 02 haben wir. Ähm. So, es gab ja hier den geilen Hinweis. Mit der zugemüllte Schrank. Das Bild im Bücherregal und der vollgestapelte Schreibtisch. Was ist denn der vollgestapelte Schreibtisch? Ist das damit geme... Ne, das da ist gemeint. Das ist die Frage... Was bin ich hier? Das Bild im Schrank haben wir. Dann ist der Schreibtisch. Der sagt 66. Mit 66 Jahren da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren dann müssen wir mal gucken. Was ist denn hier? Was ist nochmal gewesen? So, der zugemüllte Schrank ist 1. Äh. Das Bild im Bücherregal ist 2. Und der zugemüllte Schreibtisch ist 3. Gut. Das heißt, wir haben le Code für den le Schrank. Äh. 0 2 4 4 Ganz schön lange. 6 6 Noch 1 Nein. Noch 1. So, jetzt gehen wir in die andere Richtung. 6 Toll. Damit haben wir die Schere gefunden. Können wir jetzt eigentlich hier raus? Nope. 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 Irgendwas ist kaputt gegangen. Was ist das denn? Ja. Muss das so? Ist das so richtig? Okay. Ich sag mal ja. Nein. Vielleicht. Okay, komm. Wir schneiden jetzt den den Hut auf. Und gucken, was sich in seinem auch verbirgt. Wieso Freunde? Können wir weg? Ich will gehen. Ja, eigentlich schon. Schon wieder? Fast jetzt. Oh no. Oh no. Was steht hier? Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer einfachst. Warum? Lucy, Puppe 1. Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Spielen kannst. Okay, hier kommt Lucy hin, würde ich sagen. Yay. Rose 1. Eine Puppe, die ihre Arme hält, als hätte sie einen langen Stab in der Hand. Auf ihrem Kleid steht Lucy geschrieben. Cool. Und hier einfach wieder raus? Ja, könnte ich. Was gibt's hier noch zu entdecken? Hier ging's nämlich noch ein bisschen Jimmy's Room. Okay, Jimmy's Room kann ich noch nicht betreten. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach das Relief und packen es. Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Oh ja. Oh ja. Da hat jemand richtig Spaß gehabt. Oh, wunderbar. Take it. Take on me. Ach du Scheiße. Was soll ich denn jetzt hier machen? Niemand will mit ihr befreundet sein. Was für ein Loser. Eine Puppe, die ihren rechten Arm nach vorne streckt, auf ihrem Kleid steht Catherine geschrieben. Okay, warte mal. Wir holen uns noch mal Lucy. Weil ich glaube, dass wir mit Lucy... Fuck you, Alter. Auf einmal steht sie hier vor mir. Dass wir, glaube ich, mit Lucy könnten wir, glaube ich, noch was machen. Du kleines, dreckiges Etwas. Oh. Weil, ich kann die ja, ne? Weil die hält ja irgendwas in der Hand, dieses. Das heißt, ich kann die da oben positionieren. Richtig. So. Und was ist das hier? Ein Etikett unlesbar. Ist das nicht Lucy und... Ist das nicht Lucy und... Dings? Ne. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre sowas. Mach mal die Tür zu. Mach mal die Tür zu. Okay, hier ist nix weiter, ne? Wo finde ich denn jetzt die dritte, dritte Puppe? Hm. Sicherungsrasten für den Fahrstuhl, aber er ist verschlossen, okay. Könnte ich denn jetzt hier einfach... Okay, ich könnte auf jeden Fall zurück. Aber wie liegt das? Also, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz nach vorne. Wir gucken uns jetzt noch mal kurz an, äh, 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 in der... Hier gibt's nix, ne? In der, ähm... Sag schon. Hm. In der Küche. Wenn du so willst. Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Hm. Okay, warte mal. Scheiße. Scheiße, ich brauch beide Puppen wieder zurück. Verdammt, ich hab die jetzt wieder an den falschen Ort gebracht. Oh, oh, oh. Dieser... Da ist ein Manneken hier vorne. Die macht mich aber auch fertig. Gut, wir nehmen jetzt Lucy und, äh, Catherine. Nehmen wir jetzt wieder mit. Weil die brauchen wir anscheinend in der Küche. So, das heißt, wir müssen eh hier fünfmal hin und her latschen, weil wahrscheinlich kriegen wir jetzt in der Küche dann den dritten. Mit den dreien müssen wir dann wiederum hier hin, um dann eine vierte zu bekommen, weil die vierte benötigen wir anscheinend hier vorne. Ja, weil hier haben wir eins, zwei, drei, vier, genau. Da hinten hatten wir drei. Das heißt, wir bauen jetzt hier einmal Lucy auf. Ida. Und daneben machen wir Catherine. Ida. Ja, 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 verstehe ich schon. Schlüssel, Fuß. Ja, okay. Und jetzt in dem Zimmer finden wir dann halt noch eine Puppe oder was? Oder wie? Finden wir denn Jimmy? Ich weiß noch, dass hier unten war doch so ein äh Run? Hm. Das ist immer gar nicht scary, Eltern. Muss das jetzt so sein? Also, geht das auch anders? Jetzt kletzern wir hier runter in den Keller oder in den Gott, das ist so gruselig. Okay. Jetzt haben wir die Puppe genommen mit Jimmy und wir repissen uns einfach viel. Alter, jetzt kommst du hier auf. So, muss das sein. So, jetzt gehen wir wieder in das andere Zimmer mit dem Geschenk. Wir treuen uns da ganz doll drauf auf das Geschenk. Hm, die Wände sehen ja immer besser aus. Gar nicht. So, okay. Dann gucken wir mal, weil wir haben jetzt hier, äh... Also, warte mal. Wir wissen, Lucy hat ja den Arm. Äh, die macht ja hier und so. Dann ist die hier. So, Ihmchen würde ich jetzt sagen nimmt das Geschenk. Ja, okay. Und sie zeigt drauf oder so. He, he. Cool. Dann nehmen wir jetzt wieder alle Puppen und... Gehen jetzt wieder in den anderen Raum. Jetzt sind wir gar nicht. Gruselig. Boah, ich liebe es mit Puppen zu spielen. Warum zum Fick stehst du jetzt auf einmal hier vor meiner... Alter. So, hier. Lucy. Äh, Pose 1. Du da. So, ähm... Ähm... Nein. Ach. So, nochmal. Lucy. Lucy nimmt das da. Du machst doch bestimmt hier Zeigefee oder so. Richtig? So, du machst schwarze Puppe oder so. Glaub ich. Und du machst das da? Nee. Das sieht nicht richtig aus. Warte mal. Ich nehme euch beide und vertausche euch mal. Also, du da hin. Ja. Du. Hier hin. Nee, du nicht hier hin. Du. Da hin. Ja. So, du. Da hin. Gott. Und die andere darf zugucken oder was? So nach Motto. Wie ihre Schwester da verbuddelt wird oder wie. Warte für Scary Scheiße, Alter. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Hallo? Gott, Rose. Suchst du immer noch nach dem Kristall? Ja. Also gut. Ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Wer bist du? Wer ist denn jetzt Mami? Mutti? Hab ich meine Waffen wieder? Nee. Hier, das Bild liegt einfach unten. Cool. It's game over. Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Von wem denn? Ich hab kein fucking Strom mehr. Eine handgezeichnete Karte mit einer Nachricht drauf. Sie war am Sicherungskosten verstecken, heißt ja wunderbar. So, das ist der Elevator. The Kitchen. Bedroom? Wie? Was? Was? F? Wir sind doch Freunde, oder? Bringst du mir die Sicherung für den Aufzug? Study Room. Kitchen. Kitchen. Elevator. Achso, okay. Ah, ich verstehe. Wir sind hier am Elevator Room. Müssen in den Study Room. Müssen den kleinen Gang lang. Ja. Hm. Nee, ist klar. Hm. Okay. Cool. Ja. Hm. Macht, äh... Nachrichten von Mami, Aventure. Du bist fucking scary, Adam. Aber so wie es aussieht, verfolgt sie mich nur, wenn ich sie nicht angucke. I see you. Gottverdammt! Oh, ist ja mal gar nicht... Also, ey, Freunde, entschuldigt, wenn ich vielleicht nicht so viel rede. Nein, 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 I look at you. Really? Really? Nein, 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 ei, 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 es sind jetzt auch noch zwei. Ist das jetzt nicht euer Ernst? Nein, 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 nein. Ah, 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 ah. So, wie? Was ist das? Okay, wie kriege ich jetzt? Wie komme ich jetzt? Okay, warte. Okay, okay. Vielleicht kann ich hier gehen. Nein, kann ich nicht. Aber dafür sehe ich euch jetzt hier alle. Alle sehe ich euch jetzt hier. Warte mal, aber noch seid ihr mir... Ja, kommt mal ruhig näher. Okay. Ist mir geil. Warum fährt er nicht los? Ja, warum? Das war jetzt gerade für mich... Also ich habe das eigentlich ganz gut gelöst. Wieso machst du das? Du bist in Kristall, richtig? Ja. Weißt du, wo er ist? Also eigentlich nein, aber... Ja. Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Okay. Spiel mit ihm. Nein. Dann sag ich es dir vielleicht. Müssen wir? Was? Was ist denn jetzt los? Okay. Cool. Gar nicht scary. Gut. Wie geht's? Lass uns Verstecken spielen, schaffst du es bis zu mir ohne geschnappt zu werden? Wie schaffst du das bis zu mir ohne dass ich dich geschnappt... Was? Zum Schlafzimmer gehen. Ja. Das ist Korn. Wir wollen verstritten spielen. Kommst du momentan vorbei. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Sie dürfen mich nicht sehen. Okay. Hallo? Ich vermute mal, ich muss da lang? Haben die immer das... Wo könnte der Klein Rose wohl sein? Woanders. Auf jeden Fall da, wo du mich nicht... ...siehst. Da, wo du mich eventuell hoffentlich nicht vermutest. Boah, ihr seid ja auch gar nicht... ...gar nicht kacki, Freunde. Du bist vielleicht stur. Egal. Es warten noch viele Freunde auf dich. Was? Hä? Wo kann ich denn jetzt hin? Wo soll ich mich jetzt wegdecken, Alter? Gehen. Hat die Verkehr. Auf dich. Alter, was ist denn mit dem Verkehr? Gehen wir weg. So viele. An dem ich sehen bin ich tot. Ich muss doch irgendwas machen können. Also ich würde sagen, ja, aber... ...ist halt schwierig. Ich muss dann den vorbei und muss die irgendwie ablenken. aber okay das hat gerade eben nicht so funktioniert ich meine die das funktioniert das ist ganz cool so viele in dem ich sehen bin ich trot ich muss doch irgendwas machen können tschüss ok wir sind soweit durch aber noch nicht wirklich durch ich muss nur an ihnen vorbei ich komme aber warum da gibt es denn irgendwie hier ich warte mal ich habe keine ahnung ich müsste also ich würde ich weiß ja nicht wie ich euch austricksen könnte also ja ich muss die dinge da fallen lassen damit ihr irgendwie geil auf die anderen dinge werden aber wie komme ich da hin okay gott das ist creepy Sind das jetzt alle? Ich versteck mich jetzt vorsichtshalber, weil ich weiß nicht was... Der Durchgang ist durch, äh, der Durchgang ist durch, genau, der Durchgang ist auf. Ich habe gedacht, dass da auch noch was runterfällt, wo die dann wieder geil drauf sind oder so. Das Problem ist... Hier ist irgendwas laut! Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieben, ins Spiel. Sie werden bester! Ja... Achso... Geh mal weiter... Don't look down! Ich bin weg! Ich bin sowas von weg hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wait, 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 wait. Kann ich mich heilen? Nein?! Wie kann ich denn jetzt?! Geht da so? Kann ich einfach, weil sie mich aus dem Lichtkegel halt vielleicht nicht gleich sieht Ich dachte, ich bin, weißt du, da drunter und kann dann so sneaky, sneaky mäßig einfach so da herkommen Aber No way Also machen wir das gleich nochmal Es muss ja eine Möglichkeit geben, da auch ohne diese Magie Ich weiß nicht, was wir Wie betitelt alles, was wir haben Diese Gabe How Okay Okay, also komm Also wir gucken jetzt, dass sie hier vorbei steppt Wir dann raus können Und wir müssen gucken, dass wir die andere irgendwie Abgelenkt bekommen Ich weiß zwar noch nicht wie, aber Irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben Sie da hingehend abzulenken Aber die Mutti kommt jetzt hier nicht zurück, oder? Ey, das wäre jetzt richtig pain in the ass Wenn die jetzt auf einmal hier zurückkommen Aber wie soll ich das machen können? Okay, das funktioniert jetzt mal schmalig Vielleicht funktioniert es aber auch deswegen nicht Weil ich das Ding hier noch nicht benutzt habe Okay Also Okay Hat geklappt Hm, okay Also sie läuft einfach nur im Kreis Nicht hier rein Okay 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 Haben wir geschafft Ey, also entschuldigt, falls ich jetzt echt wenig rede, aber Da müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein Aber Ich bin ehrlich, so mit Puppen und so Das ist genau mein Kryptonite Das ist wirklich Das ist Ich bin ehrlich, so mit Puppen und so mit Puppen und so mit Puppen Jetzt weiß ich, was ich da wollte Oh, scheiße Ja, ich bin tot Ich bin sowas von tot Nein, doch nicht Ist die Mutti lieb? Oh, nice Mutti Oh, die Mami ist aber eine liebe Mutti Geht wieder zurück, ne? Gehst du wieder zurück? No, 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 no Du gehst nicht zurück Schade Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass du in die andere Richtung gehst Ich bin tot Ich bin froh und dann Also wie gesagt, bitte verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so performe, wie ich das sonst mache. Aber bei Puppen und Pinnen, das ist bei mir Ende. Du weißt, das ist wahr. Das stimmt nicht mit ihr. Das stimmt mit euch nicht. Sie hat Angst. Sie hat Angst, was aus ihr werden könnte. Hört auf! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Nutzt deine Kraft! Use your ability! Können wir hier ganz schnell wieder woanders hin? Ich muss hier raus! Und ihr seid Gruppen, die einfach scheiße sind. Du musst lieb für dein Freundin sein! Das ist nicht schön! Rose ist der Lieb! Oh, seid still! Oh, ich hab's nicht raus. Rose ist keiner vorhin! Lass mich doch! Kann ich nicht... Jetzt muss ich mich von vorne anfangen. Für mich fallen die Freiheit, da rein. Das ist wirklich... das ist nicht schön ich glaube das ist echt nicht schön vor allem die 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 man die popier ist ich bin draußen mal schneller jetzt So eine Scheiße. Sorry für meine Gefluche, aber... Ich auch nicht. Ja, dann... Ja, okay. Ist für mich gestorben. Ja. Manchmal... Frag ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hat er mich Fahrradfahren gelehrt? Mit mir Hausaufgaben gemacht? Auf jeden Fall. Ich bin safe. Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich... nicht weiter weiß oder Angst habe... stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Komm, ich will dir was zeigen. Okay. Let's... Das, das... Oh. Okay, krass. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir? Äh... Okay. Du bist hier sicher. Fühlt... sich vertraut an. Als ob... ich schon mal hier war. Was ist, äh... Sieh dir all die Deko an. Gab's ne Party? Na, ich glaub schon. Zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren, erledigt. Wein kaufen, ins Esszimmer stellen, check. Zusätzliches Geschenk für Rose ins Arbeitszimmer, ist versteckt. Okay. Also, wir wissen ja aus Resident Evil. Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Diese Stimme... Ist das... Dad? Ja. Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Who knows? Who knows? Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Ja, das ist halt, ne? Geh dich in Ruhe um. Was mach ich? Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Ruhig gebreiben. Nicht schlecht. Das ist aber ne schöne, schöne, schöne Storyline. Dass du jetzt halt nochmal... ...es, äh, erlebst. Ähm... Oben? Ich geh nachsehen. Dass du das nochmal erlebst, oder sie erlebt halt, wie das mit ihren Eltern war. Oder mit ihrem Papa. Das ist schon schön. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenn ich irgendwoher. Ist schön. Das haben wir ja auch in dem Teil, haben wir das noch zusammengebaut, das weiß ich auch noch. Badezimmer! So, und lass uns mal weiter gucken, weil hier dürfte nämlich noch das Schlafzimmer sein. Habe ich hier geschlafen? Hier haben eher deine Eltern geschlafen. Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben, wie klein ich mal war. So klein waren wir alle mal. Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Ja. Aber ich weiß nicht, gibt es denn wirklich nur gute Erinnerungen? Oder werden wir auch noch was finden, was eventuell nicht nur gute Erinnerungen sind? Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Und dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten, also habe ich sie aufgeschrieben. Ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde. Habe es also fürs Erste in eine der komoden Schubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten in meinem Lieblingsfoto versteckt. Ich frage mich, ob sie mir später mal ähneln wird. Oh, mich sah so glücklich aus. Wollen wir mal gucken, was der Papi geschrieben hat? Ein Brief an mich? Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da. Was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Niemand liebt dich. What the fuck? Nein. Michael! Michael, hilf mir! Michael! Nein! Nein! Wer war sie denn? Weißt du was? Ist das Miranda? Dieses Ding, das du suchst. Oder ist das Kathrine? Ist nicht hier. Okay. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Anna Rose. Sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauen! Ha 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 ha! Genug gespielt. Jetzt ersäugst du! Was? Ich war zuerst da. Zuerst? Was? Wie? Was? Was? Wie zuerst? Ich will sie nur nicht! Wovon redest du, verdammt? Seine Maschine! Hä? Lauf doch! Lauf doch! Was ist denn dein Problem? Oh nein! Es war doch... Timing-technisch war perfekt abgeteilt. Wollte ich mich... verarschen? Verarschen? Genug gespielt. Jetzt ersäugst du! Ich halt nicht, aber... Zuerster! Zuerst? Also... Was? Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Was soll ich denn jetzt anders machen, als da hinrennen? Diese Pflanze kaputt machen? Und aus der Tür versuchen zu fliegen? Ich kann doch nichts anderes machen. Und mehr als rennen geht nicht. Also wir können eine Sache probieren. Äh, indem ich... Was soll ich denn? Ich war zuerst... Äh, indem ich... Ich weiß, ob die gerade ausrufen können. So können wir nicht. Okay, wait. Muss ich... Lass sie kaputt machen? Wovon redest du, verdammt? Dann wieder zurückreden? Komm dich an! Du bist absolut nichts wert! Was ist dein verdammtes Problem? Ja, das ist wirklich die... Die Frage aller Fragen, Alter. Was ist denn ein verficktes Problem, Fräulein? So, jetzt kann ich doch hier durch, oder nicht? Okay. Zwischenweißes Kauz. Du bist einfach zu gierig! So viele Freunde, doch es ist nie genug! Hör mal auf! Hör mal! So, jetzt aber. Ich will weg hier von dir. Ja, lass mich in Ruhe. Ich geh jetzt weg. Pass dich mal am... Arschlacken, kannst du mich mal? Mach dir den Scheiß auf! Tschüss! Ey, jetzt kommst du auch noch. Ja, das war sie gewesen. Was? Wer? Ja, weil ich bin hier. Und du nicht. Weil ich... Ja, ich bin ja schon da. Gut, du hast das geschafft! Alter! Sei vorsichtig, be care of you. Yeah! Wir sind noch nicht sicher. What? Evelyn? Evelyn? Dieses Mädchen? Evelyn, nooo! We still can't get out. Benutzt deine Kräfte an ihr. Benutzt deine Kräfte an ihr. Okay, wait. Dann müssen wir einmal kurz Kräfte nutzen. Ich kann nicht helfen, wenn sie weck ist. Sie sollte dir helfen. Das sollte dir helfen. Okay, 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 okay. Ja, dann nimm es doch! Ganz ruhig, du schaffst das. Ja, okay, okay. Du entspannst mich. Du entspannst mich. Niemals! Ich war so, als jemannes Menschen! Au, sie ist da hinten, alter. Okay. Nein, 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 ich komme nicht raus, nein, wait, 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 lass mich, ich bin doch, ich bin doch quasi draußen. Du hast mich geboren, wäre alles perfekt gewesen. Ich war, 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 ich bin doch, ich wollte mich einfach dahinter, ah, verdammt. Okay. Okay, 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 okay. Du entkommst nicht! Niemals! Ich war so, ein liebes Mädchen! Sie ist nicht so, wie ihr sagt sollt! Ich dachte, wir sind hinter dem Schrank safe! Da stand ja auch, wait a second und so. Du entkommst nicht! Niemals! Achte auf, Windstöße! Ich war so, ein liebes Mädchen! Sie will nicht nach ihrem Tod! Meine Familie sein soll! Aber sie sind wie besetzt! Von ihren Blöden alt! Raus! Wärst du nicht geboren, wäre alles kapett gewesen! Dann stirbt ihr! Hey, ich bin verwirrt! Wie bin ich? Ich kann mich ja... Hau! Du bist ein Licht! Kein Entkommen! Hau! Wo gibt's denn hier noch so'n Viech? Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich hab' keinen Schimmer! Ich hab' keinen Schimmer! Ja, warte, wir sterben jetzt eh nochmal! Weil ich hab' wie gesagt echt keinen Schimmer! Kann ich hier machen soll! Ach da! Okay, also wir haben da oben die Pflanze und wir haben da rechts die Pflanze! Was? Was? Nein, nicht schwecken! Mal starten! Äh... Äh... Ja! Äh... Weil... Ne? Ist halt... Okay, aber jetzt... Jetzt kriegen wir's in den Chat! Du entkommst nicht! Niemals! So, flup! Mach' deinen Windstoß! Okay. Und noch'n Windstoß! Ich war so ein liebes Mädchen! Komm' nur ein! Sehr gut! So! Komm! Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose! Okay. Du stirbst hier! Scheißwärmig! Äh... Bis jetzt? Ah... Wärst du nicht geboren! Wäre alles perfekt gewesen! Wärst du nicht geboren! Wäre alles perfekt gewesen! Geh weg! Das ist Verscheuert! Boah! Achso! Ja, weil sie da ist! Oh shit! Wait a second! Okay, warte! Wir machen das jetzt kurz weg! Jo! Wir setzen uns kurz nochmal hin! Komm' jetzt mal! Ich komm' jetzt mal! Ich war besonders! Ich war besonders! Ich war besonders! Schackswärmig! Warum drücke ich denn immer die falsche Taste, man, Alter? Okay, wir haben es geschafft. Alter Falter. Was habe ich jetzt damit zu tun? Was? Gebt nicht auf, Rose. Finde den Kristall! Nein! Nein! Michael, bist du da? Rose, pass auf! Er hat mich gerettet, aber er hat es nicht geschafft. Er klang... genau wie Dad... ist Michael... mein Vater? Gebt nicht auf, Rose! Finde den Kristall! Dank ihm... kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden! Jaaa... krass! Ich muss weiter. Wenn auch ohne Hilfe. Okay. Okay. Na dann, äh... gehen wir weiter? Ich würde sagen, wir würden jetzt einmal kurz save... Okay. Wir saved. Weiter geht's. Äh... warum gibt's jetzt hier schon wieder sowas mit... dieser Tür? Was macht das denn hier draußen? Ja. Äh... warum? Oh, warte mal, hab ich wieder meine... Oh jeez. Ich hab wieder meine Sachen. Sehr geil! Munition! Munition! Und ich hab meine Waffen wieder, ey, es ist so... Das ist... nice. Das... ist... eher so... nicht so nice. Gott zur Hölle bin ich! Was ist das für ein Ort? Ach du Heilige! Das ist das Ding, wo wir mit Chris am Ende waren. Wo wir alles irgendwie... äh... ich dachte... Es ist alles weg! Also... weg im Sinne von... Richtung des riesigen Kerns gehen. Ja, nee, ist klar. Wer bist du denn? Musst du mal zielen? Achso, auf den... Ach, das ist Rose! W-was? Wieso ist sie hier jetzt noch da gegangen? Okay, dann folgen wir... Warte, 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 warte. Nehmen wir noch mit. Wo ist sie denn hin? Hallo! Äh... Arznei? Nehmen wir mit. Hier sind die... Sie sehen aus... wie... ich. Genau wie im Schloss. Okay. Da wieder Rose. Okay. Vielleicht auch... äh... nicht Rose? Okay. Ihr seid doch Rose, aber irgendwie anders. Ich bin noch stärker als vorher. Okay. Ich nehm das mit. Wenn ich die so umhauen kann, ist mir das egal. Warte, hier haben wir noch was. Ist wohl Munition? Ich glaub wir brauchen ganz viel Munition aktuell. Äh... Ja, du ist mega. Ist mega. Wir holen uns jetzt erstmal super viel... Munition. Was ist denn... Lass mich durch! Lass mich doch durch! Wo geht's denn hier hin? Ich muss diesen Kristall finden. Okay, wir können hier runter. Okay, okay, okay. Und jetzt gibt... Wo gehen wir denn jetzt hin? In die Katakomben oder... Was ist denn unser... unser Begehr? Ja, hier holt sie sich natürlich nicht irgendwie... Bricht sie sich nicht die Beine oder so. No, 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 no. Was... was ist das denn? Wer hat mir hier diese Kopien von mir gemacht? Das sah jetzt aber ganz... anders... aus. Okay, wait a second. Nutzen. Wir laden mal überall nach, was wir nachladen können. Soweit wir das können. Lesen wir uns hier nochmal kurz einen Zettel durch. Äh, der Mygamycet nimmt die Erinnerung allen Lebens in seiner Umgebung in sich auf, wobei die Welt in seinem Inneren bestimmte Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Er scheint mir sinnvoll schriftlich festzuhalten, was sich mir nach und nach erschließt. Erstens. Die Erinnerung. Aus denen diese Welt besteht, sind nicht immer Ebenbilder der Realität. Zweitens. Nur jene, die sich zu ihren Lebzeiten an den Mygamyceten angepasst, behalten ihr Bewusstsein auch in dieser Welt. Das deckt sich mit meinem Verständnis von Mygamyceten, welches ihr vor meinem Tod aus seiner Vision erlangt. So ist es mein Tod. Mein physisches Ich gibt es nicht mehr. Es wurde von Mygamyceten aufgenommen und doch bin ich fern von der Verzweiflung, denn dieses Schicksal hat mir faszinierende Einblicke gewährt. All die Jahre der Mühe, sie waren nicht umsonst. Die Erinnerung, das Bewusstsein, das Verständnis und Wissen, das ich in meinem Leben gesammelt habe, wurden in den Mygamyceten transfigiert und fungieren hier in dieser Welt als Energiequelle. Wenn ich diese Energie nutzbar machen kann, bin ich wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken und Erinnerungen anderer zu manipulieren. Natürlich ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Die gewaltige Anzahl der hier versammelten Gedächtnisse und Erinnerungen macht die Suche nach einer einzelnen Person zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Ihre Erinnerungen sind hier, ja, aber sie sind in allen Richtungen verstreut. Wahrscheinlich brauche ich eine Art Gefäß, eine Hülle, in der ich sie halten kann. Selbstverständlich kenne ich die perfekte Hülle bereits. Die einzig wahre Kandidatin, die mir auf meiner jahrelangen Suche begegnet ist, Rosemary Winters. Okay. Jemand war hier. Ja, jemand war hier. Und, äh, ja, was soll ich sagen? Wir nehmen die Munition auf, lesen uns den weiteren Teil hier vor. Ich hatte vorgehabt, Rosemary Winters zu duplizieren, in der Hoffnung, dass eine perfekte Kopie als Hülle geeignet wäre. Doch die Ergebnisse waren alles andere als gut. Er scheint, als würde etwas den Ablauf stören, mich darin hindern, eine geeignete Kopie zu erstellen. Stattdessen gelangt mir die Kreation von etwas, das im Wesentlichen eine lebende Puppe ist. Sie ähnelt dem echten Individuum, besitzt aber keinerlei Kräfte. Als Hülle ist dieses erbärmliches Geschöpf nicht geeignet. Ich werde weiter versuchen, die Störquelle ausfindig zu machen. Folgende Theorien sind mir dazu bisher eingefallen. Erstens, die Tatsache, dass Rose noch am Leben ist. Zweitens, ein anderer Akteur in dieser Welt. Drittens, ein Fehler an meinen Produktionsmethoden. Keines davon scheint als Grund besonders wahrscheinlich und ebenso wenige wären einfach zu lösende Probleme. Wahrscheinlich wären die Aussichten am besten, wenn ich Rose irgendwie in diese Welt holen könnte. Alles wäre so einfach, wenn sie sich selbst als Hülle anböte. Zusätzliche Beobachtung. Weitere Experimente mit den Rose-Kopien, so werde ich diese Geschöpfe fortan nennen, haben mich zu einer zusätzlichen Entdeckung geführt. Wenn Rose-Kopien-Situationen ausgesetzt werden, die extreme Furcht in ihnen auslösen, gibt es bei ihnen schwache Anzeichen solcher Kräfte. Three Rose sie besitzt. Das sollte weiter untersucht werden und ich denke, dass meine erste Kreation, der maskierte Duke, genau der richtige ist, einen solchen Belastungstest durchzuführen. Ja. Bloß nicht. Ich wurde die ganze Zeit verobachtet. Wahrscheinlich schon. Leider. Er scheint, dass ein Eindringling sich in meiner Welt einnisten konnte, während ich mit meinem Experimenten mit Bewusstseinsinstanzen beschäftigt war. Dieser Eindringling war niemand anderes als diese Missgeburt Evelyn, die offenbar ihre eigene erbärmliche Absichten verfolgte und durch die nun mein Plan etwas in Verzug geraten ist. Herr Evelyn, sich nicht eingemischt, wäre Rosemary Winters am Rande der Verzweiflung gewesen, jeglicher Lebenswillens und ihrer Mütter mit Siegkräfte beraubt. Stattdessen brennt sie nun vor einer neuerlichen Leidenschaft, die es zu ersticken meine Aufgabe sei. Okay. Äh, ich sag mal, ne. Einfach, ne. So, wir laden mal nochmal komplett nach. Und gehen jetzt weit. Aber warum? Also, hätten wir jetzt nicht einfach das, das Ding da töten können? Du hast wieder dieses Gefühl. Michael. Es ist so stark. Das muss der Kristall sein. Äh, okay. Dieser Sog, den ich fühle, ist so nah. Aber ich kann einfach nicht weitergehen. Als ich das blaue Licht sah, dachte ich, ich hätte es geschafft. Aber nein. Nicht mal ansatzweise. Wenn ich nur mütiger, mutiger wäre. Schneller. Stärker. So nah. Ich war so nah dran. Fast geschafft. Michael. Okay. Okay. Ähm. Warum? Nein. Also. Nicht mehr weit. Ja. Nicht mehr weit. Wie jetzt? Was ist das denn? Wo, wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Hier kann ich nicht rein. Noch nicht. Aber bestimmt bald. Tischschwarzer Gott, der du in uns lebst und in dem wir leben. Erschaffe für uns eine neue Welt nach deinem Willen. Dein finsteres Bewusstsein reicht uns eine zweite Chance. Gütig dargeboten und freudig empfangen. Du trinkst das Blut des verlorenen Schäfleins, da es auf deine verdunkelte Welt herabfällt. Nicht um der Zerstörung willen, sondern des Erhalts, um erneut Leben zu sehen. Ja. Fuck. Das ist echt krank. Ja. Ist es. Also es ist wirklich. Aber okay. Wir gehen jetzt hier hoch, um noch weiter. Diesmal ist es der echte. Ich fühle es. Okay. Aber das ist doch bestimmt noch nicht alles. Also wir müssen wahrscheinlich noch ein Endboss-Fight machen, oder? Also. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt. We take it und goodbye, my lover. Weil wir sind jetzt auch mittlerweile viel zu tief drin, um einfach zu flüchten. Also so habe ich Michael vorhin verstanden. Es funktioniert. Oh mein Gott. Und jetzt? Was? Fühlt sich so normal an? Hm. Muss das sein? Also das... Rose. Wie lange habe ich auf dich gewartet? Wer... Wer sind sie? Mein Name ist Miranda. Was? Du warst so mächtig geworden. Zu mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also... Musste ich dich in diese Welt locken. In der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Ja, das ist jetzt aber ein Problem. Aber... Kay sagte doch. Hat er... Oder habe ich? Nooo. Dieser Kay war ein Druckbild. Sehr überzeugend. Findest du nicht? Ähm... Nein... Das... Und nun werde zur Hülle für meine Eva! Äh... Wie wärs mit nein? Einfach... Rose, lauf! Ethan, du Wurm! Geh! Hier! Nimm also unsere Ehrgestalt an! Er kann dich nicht retten! Nie kann kein... Was sagst du jetzt? Rose! Ich sag was anderes. Rose, schnell! Du kannst nicht fliehen! Nicht vor mir! Lass mich... Dad! Warte! Warte! Bist das wirklich du? Ja! Aber jetzt musst du erstmal weg! Lauf! Lauf doch! Okay, dankeschön! Ey, lauf doch schneller! Also... Das ist ja ein Spaziergang, den du jetzt hier durchziehst. Rose! Ich hab schon mal was von Sprinten gehört! Danke! Warum hast du mir nicht gesagt, wer du bist? Warum sollte ich dich Michael nennen? Zu den Zipf... Genau! Das ist... Genau! Tut mir leid, dass ich weg war. Ich musste einen Ausgang finden! Und das hab ich! Gleich davon! Rose! Nooo! No, 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 no! Don't do it! Du gehörst jetzt mir! Hände weg von meiner Tochter! Halt dich von meiner Familie! Rose! Na los! Ja, das war ein Schuss im... Hat ein bisschen weh, würde ich sagen. Kommen wir jetzt wirklich raus? Nee, eigentlich... Hä? Du kannst nicht vor mir fliehen, Rose! Ethan! Hartnäckig wie immer! Dad! Rose! Verschwinde! Lebe ein normales Leben! Finde Freunde! Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen! Aber... Rose, geh schon! Ich lass dich nicht allein! Ich lass dich nicht allein! Ah! Ich weiß! Ich weiß! Hab dich lieb! Bring dich in Sicherheit! Bitte! Bitte! Geh! Ich mach das! Verschwinde! Ich weiß jetzt nicht, ob du den Kristall jetzt nochmal zücken solltest, um dir die Kräfte nochmal zu holen! Und einfach sagen... Bullshit! Oh Gott! Ich glaub, das... Mich hat mir jetzt ein Problem! Ich mach das! Glaubst du wirklich, deine Kräfte könnten hier in meiner Welt gegen mich bestehen? Ja klar! Dumme, kleine, dumme Reine! Ah je! So gern wie du wolltest, dass ich sie loswerde? Ganz sicher sogar! Komm mal her, komm mal her! Trollig! 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 Ne! Ok! Doch nicht! Ah? Ah? Warum lehnst du dich dann? Walla! BBS hiermit! Womit denn? Wow! Fuck you! Das war jetzt aber... Das war jetzt fies! Damit hab ich jetzt nicht gerechnet! Kann ich... Dann lass mal deine Kräfte sehen! Okay! Wieso kann ich nicht... Übergebe dein Leben mir! Scheiß durch! Ja... Jetzt hat weh! Sagen wir, du überlebst! Ja... Was soll das nützen? Du kannst deinen Vater nicht retten! Ihr lebt in verschiedenen Welten! Komm her, hier! Warum unnötig leiden? Das sagt die Richtige jetzt! Unnötig! Wir leiden hier! Willst du nachlaufen? Ich schwör mich doch! Also... Was ist ein Geschoss? Ankommende Geschosse? Absorben! Mach dich bereit! Hab keine Angst! Waaaaaah! Das ist dem aus! Was ist das? Ja... Das ist äh... Das tut ganz schön weh, ne? Ja... Ja... Das ist echt anders! Was ist mit mir jetzt hin? Was haben wir jetzt denn? Ja... Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist! Du zwingst mich nicht in die Fliege! Ja... Was? Ja... 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 Das ist schwer! Du musst mich jetzt mal treffen! Du musst mich jetzt mal treffen! Komm! An meine Seite! Nope! Ich gremierte die Welt im Innern des Megamyceten, um meine geliebte Tochter wieder zu... Oh! Ja... Aber wie viele Höhle mich auf der Schiff! Keine vermochte ihr Leben einzuhauen! Das ist der Grund, weshalb du es sein musst! Du bist die Einzige, die sie mir zurückbringen kann! Oh! Shit! Was es auch kostet! Was ich auch tun muss! Ich werde meinen Mund treffen! Oh! So, Fräulein! Er hat nicht gebracht! Oh Gott! Äh, wait! Wait! Ganz kurz, Pause! Einmal kurz benutzen! Und, äh, wait! Ganz kurz Pause! Und nochmal benutzen! Deine Zeit ist gekommen! Holy Shit! Holy Shit! Du wirst bessere Tränen vergessen! Es ist eine Schande, aufzunehmen! Das Maul, Alter! Ich werde jetzt erstmal... ...dach mal Schüsse! Ja, das wüsstest du gerne, ne? Verstehst du es noch nicht? Dir ist kein glückliches Ende verdammt! Ach doch doch! Du verrückte Hexe, die selbstvoll am Ende ist! Komm mal her, hier! Töte mich! Und du tötest die Einzige, die dich wirklich versteht! Hau! Äh, wie kann ich jetzt gegen dich hier ankommen? Okay, komm! Du gibst einfach nicht auf! Wie von Isons Tochter zu erlauben! Die Unmöglichkeiten, die dein Leben verteidigt ist! Mach dich zur perfekten Hülle für meine Eva! Bist du? What? Wie eine Miss... ...diese Tante! Unmöglich! Was sagt denn Unmöglich? Das ist dein Unterjahr! Okay, komm! Komm! Loll! Ich seh nichts! Du kannst nicht gewinnen! Endlich! Okay, w-wait, 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 w-wait! Mein Wunsch ist zu greifen! Ne, 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 ne! Rose! Hier drüben! Dad! Nimm das! Mach's dir kalt! Was denn? Jetzt gibt er uns nochmal extra Power, oder what? Loll! Verlass dich drauf! Kehre zu mir zurück! Und gib mir deine Macht! Ja, ja! Gewesen! Das Original! Meine... Hilfe! Hey Süße! Oh Gott! Du bist so groß geworden! Auch wenn ich nicht bei dir war! Ich habe immer über dich gewacht! Aber ich konnte dich nicht beschützen! Du hast mich doch beschützt! Die ganze Zeit! Nein! Diesmal nicht! Das war deine Chance! Tut mir leid! Nein! Das war meine Entscheidung! Und ich bereue sie kein bisschen! Wäre ich gegangen... Hätte ich niemals so mit dir reden können! Dir in die... Augen sehen! Nein! Nein! Also keine Sorge! Es ist okay! Ich bin stolz auf dich! Ich bin stolz auf dich! Hab dich lieblas! Ich dich auch, Ted. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Dad. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren, er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Äh, okay, dann vielleicht doch, aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß, der Hund fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Bestimmt, aber... Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Ichso's. Hm. Geh. Hm. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.